was geht ab leute herzlich willkommen zu diesem neuen video ihr wisst ja bescheid ich wollte euch ja noch so ein paar parks vorstellen und heute nehmen wir uns den bike park winterberg vor ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Kleiner Disclaimer, ich war dieses Jahr noch nicht da, aber die Lines werden ja so im Groben und Ganzen so geblieben sein, wie sie waren. Besonders auch die blauen Lines, weil soweit ich weiß, ist eigentlich nur die Downhill umgebaut worden und da waren eigentlich die größten Veränderungen. Also, let's go! So, Punkt Nummer 1, den ich mit euch besprechen möchte, ist, der Bikepark Winterberg ist wirklich sehr, sehr stark frequentiert. Das heißt, ich lege euch ans Herz, bleibt wirklich auf den Lines, die für euch gemacht worden sind. Das heißt, als Anfänger, die blauen Lines. Ganz einfach. Weil auf den anderen Lines in Winterberg, weil da wirklich so viel los ist, ballern die Leute da ganz schön runter. Und es ist ein bisschen weniger chillig als zum Beispiel in Willingen. Und deswegen bleibt wirklich so lange auf den blauen Lines, wie du dich noch nicht hundertprozentig komfortabel fühlst auf den anderen. Wenn du natürlich unter der Woche da bist und es ist mega wenig los, dann kann man das vielleicht mal so abschätzen. Ich habe den Fehler gemacht und war als Anfänger auf Lines, die eigentlich zu schwer für mich waren und habe da mit Sicherheit den einen oder anderen mal aufgehalten. Und das war eine Sache, die ist nicht so cool und ist auch für euch oder für mich damals als kompletter Neuling einfach ein Gefühl von Stress. Und da sich gehetzt fühlen und Leute aufhalten, das gibt einem kein gutes Gefühl und deswegen würde ich das einfach aufschieben. So, kommen wir aber mal zu den Lines. Ihr habt ja direkt ganz oben einmal die Flow Country, Woodpecker, Kirill, 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 Kirill. Wie man das auch immer ausspricht. Ich weiß, es ist dieser Sturm gewesen, aber ich weiß einfach immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht. Und es kamen ja noch zwei ganz neue Lines dazu und zwar der Meerschienwald da oben, Schneewittchen und Fairy Trail. Und Schneewittchen und Fairy Trail ist wirklich optimal für Anfänger. Also wenn ihr euch an die Flow Lines in Willingen gewöhnt habt und das halt gerne mögt, wenn ihr da so unterwegs seid, kann ich euch nur empfehlen, da habt ihr diese zwei Lines auch zur Verfügung und natürlich den Übungsparcours. Ich würde dir empfehlen, als Anfänger auch nicht voll rein zu starten mit einem Tagesticket und gerade so eine Line wie die Flow Country, wenn man die ganz runter fährt. Da ist schon, ja das ist schon eine relativ lange Abfahrt als Anfänger und das ist auch kräftezehrend. Das heißt, nimm dir vielleicht nur ein Halbtagesticket und fahr dich auf dem Übungsparcours ein bisschen warm, bis du ja so ein bisschen im Flow bist und dann geh auf die Lines. So sparst du dir ein bisschen Kohle und du hast weniger Verletzungsrisiko, wenn du komplett übermüdet irgendwie weiterfährst und parkst, obwohl du eigentlich schon fertig mit der Welt bist. Deswegen diesen Tipp noch kurz am Rande. Aber stellen wir mal die Flow Country kurz vor. Flow Country ist ja so die berühmteste Line zum Einrollen. Eigentlich nichts Wildes da drauf, allerdings wird die wirklich, wirklich schnell. Und da muss man so ein bisschen, ja, aufpassen. Aber es gibt keine wilden Hindernisse, die du irgendwie nicht schaffen könntest. Genauso ist es dann aber auch auf Fairy Trail und Schneewittchen. Nur die sind ein bisschen langsamer. Schneewittchen hat ein bisschen höhere Anlieger, ist für viele angenehmer und Fairy Trail ein bisschen, ja, verspielter, würde ich es nennen. Und auch ein paar Tables, ein paar kleine Wellen, worüber man mal springen könnte und so weiter und so fort. Für mich Fairy Trail und Schneewittchen die perfekten Anfänger-Lines auf jeden Fall in Winterberg. Check auf jeden Fall immer auf der Internetseite, ob diese Lines wirklich aufhaben und befahrbar sind, weil jetzt am Anfang waren die lange noch nicht befahrbar. Da gibt es noch den Curl und den Woodpecker und die zwei Lines sind schon ein bisschen mehr gespickt mit ein paar Features. Das Schöne an den zwei Lines ist aber, wenn du die ganz runterfährst, hast du einen extra Lift, der zwar super langsam ist, aber dafür super entspannt, sagen wir so. Und halt vor allem stehst du meistens alleine da an, weil die meisten fahren halt zum Hauptlift. Und genauso ist es beim Schneewittchen und beim Fairy Trail, der hat einen eigenen Lift für den anderen Berg auf der anderen Seite. Der ist auf der Seite, wo auch der Trailpark ist und wo auch die Parkplätze sind. Und da steht mir einfach viel weniger lange an. Und es ist auch gut, wenn man sich da so ein bisschen aufteilt auf die Lifte, dann ist das nicht alles so geknubbelt auf ein und demselben großen Lift. Und alle haben was davon, wenn sie weniger lange anstehen müssen. Deswegen, schau dir da genau an, welcher Lift wohin führt. Und bei Cahill und Woodpecker gibt es so ein paar Features, die so ein bisschen interessanter sind, wo man sich gut rantasten kann. Da finden dann meistens halt die Fahrtechnikkurse irgendwie statt auf den Strecken. Müsst ihr manchmal ein bisschen aufpassen, die stehen gerne einfach mitten auf der Strecke rum. Und ja, also, kurz zusammengefasst, wir haben viele blaue Lines in Winterberg. Allerdings die roten und die schwarzen Lines sollte man wirklich meiden, weil die Leute da echt ballern gehen in Winterberg. Ist wirklich ein bisschen anders als zum Beispiel in Willingen. Vorteil, es gibt für die Anfänger Lines sozusagen immer einen eigenen Lift. Außer für die Flow Country, die führt nach ganz unten auch zum großen Lift. Aber dafür ist es auch die längste Abfahrt. Auch wenn man dann länger anstehen muss. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, wenn du jetzt nach Winterberg fährst. Denk an ausreichend Protektoren, Fullface-Helm und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, gut ausgerüstet zu sein. Und wenn du da noch Infos brauchst, das findest du auch alles auf der Website vom Bikepark Winterberg. Und ich wünsche dir viel Spaß in dieser Saison. Lass gerne ein Abo da. Jede Woche gibt es hier zwei neue Videos auf dem Kanal. Nicht immer nur sowas, sondern ich fahre natürlich auch selber. Aber hin und wieder möchte ich einfach meine Erfahrungen mit euch teilen. Also, bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.